Herzlich willkommen zur Infoveranstaltung der kaufmännischen Berufskollegs 1 und 2 der Ludwig Erdschuhl in Pforzheim. Wenn du dich für Wirtschaft interessierst und du wissen möchtest, wie es in Unternehmen wirklich abläuft, dann ist das kaufmännische Berufskolleg genau richtig für dich. Die Aufnahmevoraussetzung für das kaufmännische Berufskolleg 1 ist der mittlere Bildungsabschluss, das heißt die mittlere Reife. Für das kaufmännische Berufskolleg 2 ist eine erneute Anmeldung über Bevo notwendig, sowie der Abschluss im kaufmännischen Berufskolleg 1 mit einem Durchschnitt in Deutsch, Mathe, Englisch und BWL, das heißt den Hauptfächern von mindestens 3,0. Das kaufmännische Berufskolleg ist eine Vollzeitschule, in der allgemeinbildende sowie auch berufsspezifische Inhalte vermittelt werden. Wir haben Fächer wie zum Beispiel Deutsch, Englisch, Mathe, Geschichte mit Gemeinschaftskunde und Religion im BK 1 sowie auch im BK 2. Und im BK 2 kommen noch die Fächer Naturwissenschaft und Projektarbeit dazu. Berufsspezifische Inhalte werden vermittelt in den Fächern Betriebswirtschaft, Steuerung, Kontrolle, Gesamtwirtschaft, Juniorenfirma, Übungsfirma, dazu sage ich später noch was, Informatik, Textverarbeitung und in dem Fach Wirtschaft, was im BK 2 angeboten wird. Das Fach BWL ist das Profilfach. Hier sollen Inhalte vermittelt werden, die euch dann später den Berufseinstieg erleichtern, aber auch für uns als Privatpersonen sehr relevant sind. Beispielsweise lernen wir, wie man Verträge abschließt, welche Rechte und Pflichten daraus entstehen. Oder wir lernen, wie Unternehmen Werbung machen, was für einen Einfluss das auf uns hat. Des Weiteren wird auch das hochaktuelle Thema Nachhaltigkeit und ökologische Konsequenzen in der Wirtschaft auch behandelt. Wenn du erste Erfahrungen in der Mitarbeit eines Unternehmens sammeln möchtest und lernen möchtest, Abläufe zu organisieren, ist das kaufmännische Berufskolleg gut geeignet dafür. Wir haben das Motto Learning by Doing im Berufskolleg 1 und 2, in dem wir zwei Übungsfirmen und fünf Juniorenfirmen anbieten. Eine Übungsfirma ist ein Übungsunternehmen mit fiktiven Waren- und Geldströmen. Die Vorteile hiervon sind, wir haben internationale Businesspartner, wir haben einzigartige Projekte, reale Partnerfirmen. Man lernt sehr viel berufliches Know-how. Man lernt, wie man erfolgreich im Team arbeitet und das erleichtert einem den Einstieg in die Ausbildung. Eine Juniorenfirma ist ein von Schülern gegründetes Unternehmen mit realen Waren- und Geldströmen. Hier haben wir die Vorteile, dass es eben echte Produkte sind. Wir haben echte bezahlende Kunden. Man lernt auch hier hohes berufliches Know-how. Man lernt, wie man im Team arbeitet und auch hier wird der Einstieg in die Ausbildung erleichtert. Die Abschlüsse, die man im kaufmännischen Berufskolleg erlangen kann, sind einmal das Berufskolleg 1. Da wird eine zentrale Klassenarbeit im Fach BWL geschrieben. Das wird dann doppelt bewertet. Man kann des Weiteren die Fachhochschulreife erlangen, indem man das BK 2 erfolgreich abschließt. Dazu ist notwendig, dass man schriftliche Prüfungen in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathe, BWL schreibt und mindestens in einem Fach eine mündliche Prüfung ablegt. Des Weiteren ist es auch möglich, den staatlich anerkannten Wirtschaftsassistenten als Zusatzleistung zu erlangen, indem man eben das Fach Wirtschaft belegt und dort eine schriftliche Prüfung ablegt. Ablegt Ablegt . . . . Vielen Dank.